Viele Börsianer reiben sich verwundert die Augen, denn der DAX hat in den vergangenen Tagen ein neues Allzeithoch erreicht und steht nun deutlich über der Marke von 17.000 Punkten. Fragen dazu an Vermögensverwalter Andreas Glogger, Geschäftsführer bei Glogger & Partner. Einen schönen guten Tag. Hallo, Fran, ich grüße Sie. Was sind denn die Gründe für den starken DAX? Ja, der DAX spiegelt die reale Weltwirtschaft dann letztendlich wieder und trotz der schlechten Nachrichten, die wir in allen Medien haben, kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Wirtschaft sich weiter dreht und die Unternehmen im DAX sind weltweit tätig und machen gute Geschäfte. Deswegen zieht er an. Nichtsdestotrotz steht der DAX ja trotzdem irgendwie ein Stück weit auch für die deutsche Wirtschaft, für deutsche Unternehmen. Und Sie haben es schon angesprochen, in den Medien haben wir häufig schlechte Nachrichten, aber nicht nur dort, sondern wir sehen auch schlechte Fakten, wie beispielsweise aktuell im Jahreswirtschaftsbericht vom Wirtschaftsminister Habeck. Wie passt das jetzt zusammen? Naja, zuerst nochmal zurück zu den guten Zahlen. Schauen wir an, was die künstliche Intelligenz die letzten Tage abgeliefert hat. Hier federführend die Aktie von NVIDIA in den USA. Die hat die glorreichen 7, also die künstliche Intelligenz, die Technologieaktien massiv nach vorne getragen. Wir haben ja nicht nur beim DAX Höchststände, sondern auch beim S&P 500 und beim Nikkei. Das strahlt natürlich auch auf Deutschland über. Aber die Politik und Herr Habeck spricht natürlich die allgemeine Wirtschaft an und die ist getragen vom Mittelstand. Und der Mittelstand in Deutschland, das ist ja die tragende Säule. Und diese tragende Säule, die hat tatsächlich riesige Probleme durch verschiedene Ereignisse in der Vergangenheit. Die wir ja auch schon einige Male besprochen haben, Herr Glogger. Wie kann jetzt aber die deutsche Wirtschaft aus dieser Misere, die es ja nun unzweifelhaft gibt, wieder rauskommen? Ja, die Ampelregierung, die müsste erkennen, dass viele Beschlüsse und Gesetze, die sie die letzten zwei Jahre erlassen hat, eben die Wirtschaft voll runtergebremst haben. Die deutsche Wirtschaft ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Stichwort Energiepreise viel zu hoch, Regulatorik viel zu hoch. Man sieht klar, dass Unternehmen auch von Deutschland abwandern in Ländern, die verlässliche politische Rahmenbedingungen haben, verlässliche Energiepreise und weniger Regulierung. Also hier müsste die Politik und kann die Politik auch handeln, müsste halt erkennen, dass ihre Beschlüsse einfach falsch waren. Das mag zwar ideologisch richtig gewesen sein, aber für die Wirtschaft eine Katastrophe. Wir werden sehen und abwarten müssen, wie sich die Politik hier in den kommenden Wochen und Monaten bewegt, Herr Glogger. Einstweilen natürlich wieder der Fokus auf die Anlegerinnen und Anleger, die das Ganze ja auch sehen und sich fragen, wie soll ich denn jetzt mit deutschen Aktien im Vergleich auch zu internationalen Werten umgehen? Frage an Sie, wie gewichten Sie deutsche Aktien in Ihren Portfolios? Ja, der Standort Deutschland ist bei uns untergewichtet aufgrund der Rahmenbedingungen. Je nach Strategie und Portfolio liegt unser Anteil an deutschen Aktien zwischen 10 und 20 Prozent, aber nicht mehr. Dann lassen Sie uns noch einen kurzen Ausblick wagen, Herr Glogger. Wird der DAX zum Jahresende höher stehen oder tiefer? Aus unserer Sicht definitiv höher. Die Waldwirtschaft dreht sich weiter. Wir sind momentan natürlich schon etwas höher bewertet. Das heißt, mit Rückschlägen muss man durchaus mal rechnen. Aber zum Jahresende sind wir ganz klar positiv gestimmt. Und mittelfristig sehen wir den DAX eh Richtung 20.000 gehen. Und das haben Sie auch schon ein paar Mal bei uns gesagt. Wir kramen dann, Herr Glogger, das Video wieder raus. Und dann werden wir sagen, dass Sie recht hatten in einem dieser älteren Videos. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Gerne. Gerne. Vielen Dank.